Herzlich Willkommen zurück, Leute. Tower United Miniholf mit denselben Chaoten wie letztes Mal. Mit dem Prostisch meinst du wohl. Ich war noch nie chaotisch. Echt? Bist du ein ordentlicher Mensch? Ja. Oh, die Jones Grig. Da gab es einen besseren Weg. Kapuza hat so einen Geheimweg gehabt. Ja, ja, ich bin irgendwie... Wie kam man da lang? Ich weiß nicht. Sei ganz schön scheiße hier, rund dran. Geht das? Ja, irgendwie war der echt Mist. Ja, das geht. Aber Shigo, bist du ordentlich ehrlich jetzt, oder? Ja, irgendwann muss er die Ordnung halten. Ja, aber... Wer ist denn nicht ordentlich, Kapuza? Ich? Du? Du auch? Hallo Geo. Ich bin super ordentlich. Ich habe Verantwortung für ein gesamtes fucking zweistöckiges Haus, ja? Pension. Pension. Hotel mit Gaststätte. Modano 15. Villa mit Herdestall mit 21. Das ist eine oder andere. Wie viel Hektar Garten? 20. Der Trickshot Kapuza, jetzt will ich was sehen. Ja. Wie geht denn der Trickshot? Wie ist jetzt? In diese Pipe da? Oh Gott. Ach ja. In die Mitte. Oh, schon verloren. Ist der voll da, nur? Ja, ich hab voll Speed, ja. Ich hab's auch geschafft. Nein! Und wie komm ich raus? Ich Jones raus. Da waren sogar die ganz schlechten Wege. Das ist echt bitter, wenn wir da liegen bleiben. Das ist dafür designt ein Hole in one's eye. Es ist genau das. Aber nicht für dich. Warte, da unten ist schlecht. Da hinten müssen wir ran. Wo, da hinten? Da? Da so? Das war echt schön gerade. Ach, fuck. Ihr macht's mir immerhin, Ariela. Ich folg nie wieder Kunden dran, ey. Das war schon der richtige Weg, aber... Wo kommt der? Wieso roll ich jetzt eigentlich weiter als du? Oh, du hast ja voll den langen Weg. Ja, das ist nicht cool. Aber der Weg ist wirklich lang. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Hole in one habe. Ach, hier geht's ja immer noch weiter. Boah, ey, das ist ja voll die Bahnfresser hier. Das ist ja. Also wenn du am Anfang nicht scharf bist, dann kriegst du auch nicht Punkte. Ich hab keine Ahnung, welche Geschwindigkeit. Oh, das war eng. Oh, das war echt. Na, du bist immerhin oben. Ach, du bist doch gar nicht da. Oh, bläst du auch. Oh, bläst du auch. Oh. Coindran! Da sind wir wieder ganz vorne kapuze. Ja, so wie immer halt. Na eins, wir brauchen neun. Der Kapuze weiß der vorher einfach... Neun. 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 Man muss ihn wieder reindrücken, ich sag's auch. Ich will ne leichten Bahn, ey. Nicht letzte. Ich bin gar nicht angestrengt. Was ist denn, das sieht der Uhr verrückt aus, was hier gerade abgibt. Ja, die Bahn ist halt auch super verrückt. Oh, was mache ich da, ich idiot. Was hab ich auch nicht gesagt. Muss ich jetzt rechts oder nicht? Äh, ich bin rechts. Scheiße. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nicht links. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich check gar nichts mehr. Darlow, wo gehen wir hin? Ich auch nicht. Wo gehen wir hin? In den Schokobrunnen. In den Schokobrunnen. Oh, ein leckes Tod. Der Schokobrunnen ist gar nicht so schlecht. Ich bin in die Schokolade gefallen. Zwei. In den Schokobrunnen. Kennst du doch die Schokobutsche? Ich glaub, die Wege waren alle gleich. Ja, aber die Bahn war... die sah viel... Es gibt bestimmt einen Ausgang, wo du direkt reinkommst. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Okay, die Wege waren doch nicht alle gleich. Der Weg war relativ schlecht. Hier, dieser auch im Schokobrunnen. Oh, jetzt war ein bisschen Schokolade schon geil. Warte, jetzt bin ich wieder am Start? Ja, das war der falsche Schokobrunnen. Das ist mir so lustig. Ich würde so lachen. Ich würde mich am Start wieder pissen. Oh, sieben Schläge, das tut mir mal leid. Boah, das ist ja eng. Schau mal, Capuzzo hat sieben Punkte. Das wären noch 70 nachher. Ja, ja, Alex, ist schon okay. Mit? Keep to the sides. Das heißt, Alex, sei mal ruhig. Auf Englisch. Ja, nicht rechts. Boah, hast du das gesehen? Noch bei den Pfeilen. Hast du das gesehen? Ach, scheiße. Okay, der Weg war schlecht. Ja. Und dann habe ich... Ich habe es auch geschafft. Ich habe auch in eins geschafft. Nee, du hast den schlechten genommen. Aber es war doch auch ein Pfeil. Ja, du würdest ganz rechts sein müssen. Ach so. Nein! Are you kidding me? Ha, ha, Capuzzo. Ha, ha. Ha, ha, Capuzzo. Ha, ha, Capuzzo. Das ist ja ganz schlecht. Capuzzo hat einfach durch die Röhre nochmal zurückgemusst oder so. Guck mal, wenn er ankommt, Capuzzo. Nee, der Xlier ist auch noch dein. Ja, ich habe auch den schlechten. Aber lacht mich aus. Oh, Alex, das war echt schlecht. Hast du recht? Nee, nee, das mache ich extra. Dann wirst du noch eine Chance haben. Ja, da redet er und rede der. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist mir das schon gewohnt. Das ist komisch. Das ist komisch. Blödsinn rauskommt, wenn sie dir Mund aufmachen, Alex, ja. So, jetzt, Shigo, zeig einmal, was du kannst. Ja, anscheinend kann ich überhaupt gar nichts, weil hier unsichtbare Wände sind. Hüpp rüber! Hüpp rüber! Und jetzt, hüpp! Du musst hüppen, wenn das ganz unten ist, glaube ich. Wow, heiz mal. Wollt doch noch helfen. Wie schlecht ist das jetzt. Will ich da mal Tipps geben. Es sind auch die Leute, die in den Stream reinkommen und sagen, übrigens kannst du mit W vorwärtslaufen. Ja, weißt du? Was ist das? Ich habe das echt gut gemeint. Ja. Chocolate Pit. Chocolate Pit. Chocolate Pit of Doom. Ich habe das wirklich gut gemeint und für alles wird man hier ausgehen. Da kann man wohl halt einfach die Kante nehmen. Bodyfuck ist es knapp. Oh, ja. Ich habe es gemerkt, wo auch der Harz hat. Konntest du gerade schon riechen, ey. Schon wieder reingeflogen. Zweimal schon. Das ist eine Scheiße. Nein! Ich komme halt, ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Was ist denn das für ein Ball? Mein Ball ist kaputt. Ja, jetzt ist der Ball kaputt. Mein Ball ist kaputt. Oh, der Ball kaputt. Was ist denn das für ein Ball kaputt? Ich habe kaputt gegen den Lutscheln. Der Lutscheln. Die Müsse wird immer nach wackelt. Echt wackelt sie? Sieben! Ba! Triple Bogey! Da kann ich stolz sein. Warum nicht erholen? Goddamn! Du musst ja mal grüne Zahlen schreiben. Ja, sag der richtige. jetzt geht's und da ab und da ab und da also ich würde sagen für ab und ab ist aber tricky ab ist aber ab ist wahrscheinlich ich habe irgendein Loch ja das ist das richtige wow das ist nicht leicht voll easy kaputt der Dalle wo gehst du? ich geh jetzt um die Stadt achso wo muss ich denn hin? ok gut was ist wenn wir da rein nein nicht da lang ist es schlecht ich schaff's nicht bei mir darfst du halt nicht mehr volle achso doch ich bin auch reingeflogen aber wo komme ich hin das ist gut 2 1 ich habe gesagt das ist schlecht dann hast du gesagt ehrlich dann habe ich gesagt nein jaja du bist schon ein Gaurner ich kenne das schon du wärst ein guter ich sag nur pass auf 1 das meinte ich nicht mal nur den Leuten teure Kredite verkaufen ja klar soll ich das machen? Alter ich gehe da ganz richtig hoch jaja jetzt geht's hoch jetzt ist es und Shigo nicht zur anderen Bahn du liegst an der Rampe mit Gefühl Shigo ja mit ganz wenig Gefühl Hentl ja und jetzt den richtigen Winkel ne jetzt schaut euch nicht so was da ging schlecht drin das war ja nicht Halt die Klappe Halt die Klappe Halt die Klappe jetzt auch vorher das Lineal anlegen ja schön ich hab mein Geodreieck aber nicht schwer Geodreieck ist immer ist in der Golf in der Golf in Collectors Edition ist Geodreieck Geodreieck das ist richtig kaum nicht Oh chocolate das ist einfach random oder? random ne Mitte irgendwie oder? ja aber du kannst dich nicht aussuchen außer jetzt gibt's Lucky oh das sieht nicht Lucky aus jetzt gibt's Lucky 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 super Lucky ja das sei natürlich man fällt nicht rein oh fucking hell hä? das verstehe ich nicht random ach das ist ne hä? aber das ist doch nicht random ach das dreht sich dann ah das dreht sich das Ding dann oh ich glaube ich hab den guten Weg 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 den Weg oh Widerkunde ich hab auch fucking drei Stimmen warum ich 2 HÄH was war das? doch das geht aber du musst warten bis das blaue Ding oben ist jetzt das würde mich er ärgern Alex wenn das stimmt AÄH aÄH einäunlichen Buck wir wörter haaa du schlechter Mensch du wirst Herrlich. Oh ja, mit drei ist man schon weit vorne. Oh Gott, ich schäme mich so sehr. Wir waren in Kapuze. Nicht alle waren ein Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann, hat die Mareike Amado. Holy shit, ey, wenn du Dalo das Falsche bekommst. Kennst du Dalo doch? Die Mini-Playback-Show. Oh, shit. Oh, leub. Ja, Alex. Dalo, kennst du Mini-Playback schon noch? Ah, das ist ultra schwer. Mareike Amado sagt, ist der auch... Nein. Na, sind alle hinten, oder? Nee. Was ist mit der Mareike? Mareike Amado hat nur gesungen, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Bird-Age-Jones. An dem Motto hat Kapuze ich immer festgehalten. Dein Leben versuchst du, so tut es nicht weh zu verlieren. Das muss ich nur sagen. Dalo von Fünf ist... Was war denn Dalo? Ich würde sagen, das Candyland ist halt schon mein Kind, ja. Ah, geil. Coondram. Rein da, nicht den Jones machen. Ist das hier schief? Ja, das ist schief. Oh, Jesus Christ. Sieben, das ist ja eigentlich schon... Das Ding da neben dem Loch links, das ist übelst eklig. Habt ihr die mal gegessen? Was? Diese Lutscher-Dinger da, also dieser Ring. Wir sind super. Nee, nicht der Lutscher, das ist da links neben. Das weiße, braun, weiße. Ach so, diese Lakritz, die da gemacht. Diese Lakritz, ja übelst eklig. Ja, aber kennt ihr noch diesen Plastikring da? Auf der linken Seite. Ja, die sind voll super. Diese Lakritz-Dinger kaufe ich mir privat. Die fresse ich daheim die ganze Zeit. Ach, in der Öffentlichkeit nicht, oder was? Aber die kaufe ich mir wirklich. Also ich liebe die. Jetzt im Ernst? Ich finde die so eklig, ey. Ich liebe Lakritz. Lakritz ist das Beste. Am besten sind die Frächer. Ricochet. Lass mich raten, du magst kein Marzipan-Kapuze, oder? Ich mag Marzipan, doch. Du bist ein komischer Mensch. Warum Marzipan ist doch gut. Es gibt so die Regel, wenn man Marzipan mag, mag man keine Lakritz und andersrum. Ja, ich mag Marzipan und mag keinen Lakritz. Keiner mag, weder Marzipan noch mag ich Lakritz. Oh, fuck it. Bin ich jetzt ein Hybrid? Du bist ein Hybrid. Okay. Aber es ist wirklich so, es ist so oft so, tatsächlich, ne? Glaube ich. Ich mag Marzipan-Lakritz-Dinger. Ah, fuck! Au, ich habe in den Kopf geschossen an dem blöden Ding. Der Winkel passt nicht, Shigo. Ja, das weiß ich auch. Kapuze, du musst ganz doll schlagen. Außen weg Kapuze, da. Huh, come on, die Reina. Blub, 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 blub. Vier ist okay. Weil wenn ich den anderen Weg außen rumgehe, dann wäre es mehr gewesen. Lakritz ist super. Kondan, du magst doch sicher auch Lakritz. Es geht. Ich möchte es früher wirklich überhaupt nicht. Aber wenn man es so ein bisschen nascht, ich finde es super. Oh, in Schweden haben die was komisches. Das habe ich beim Felix immer gegessen. Ähm, Lakritz in Salz eingedrückt. Da ist Salz draußen rum. Das ist super weird, aber ich liebe das. Das ist super weird. Das ist auch in Deutschland. Mit Salz außen rum. So füßt das mal. Sie sehen aus wie Fische dann bei uns. Genau, genau, genau. Nein, das war wohl schlecht, Shigo. Ich liebe die, die sind so. War das schlecht? Ich befürchte, oder? Oh Gott. Oh, der Dabo macht die Waffe. Ja, das führt uns wieder zum Start. Halt die Kaffee. Nein, ich habe gelacht und habe... Das ist scheiße. Ich habe das Gesicht. Fuck. Ich hasse die Map. Kaffee doch. Auch schlecht. Ach, leck mich doch. Ach, komm ey. Ich nehme einfach den langen Weg. Ach, Kondan, ey. Geht aber trotzdem noch. Du hast oben viel Platz eigentlich. Was für einen schönen Man. Hoffe ich doch. Soll ich es nochmal probieren? Ja, mach ruhig. Ja, probier es. Komm, komm. Hau raus. Versuch den selben Schlag nochmal. Komm schon. Den selben Schlag nochmal? Den selben Schlag nochmal? Den selben Schlag nochmal. Oh, Kapuze, nochmal. Ja, das ist zu scheiße. Nein, nochmal. Los, wenn du dann durchkommst, wirst du direkt drin. Du kannst es schaffen, mach es weiter. Okay, nochmal am besten. Hey, Willi, come on. Ich weiß noch, was du vorst. Ja, aber du kannst es doch echt nicht schaffen. Hä? Fuckin' meins. Doch, das geht, das geht. Der Winkel geht. Du kommst voll oder nicht? Nein, nicht voll. Ja, volle, volle. Ja, voll. Oh, sieht gut aus. Ah, das. Aber ich habe trotzdem ordentlich gekollektet jetzt gerade. Ja, das hast du. Das finde ich persönlich sehr schön. Kapuze, out of competition, ey. Ich bin immer noch im Rennen. Wenn du meinst, gehässig zu sein, dann entfrende ich dich. Dann schreibe ich dir auf WhatsApp, dann lösche ich, Alter. Kriegst du so einen Kackhaufen alles mit dem Namen? Moment. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Erstmal musst du Glück haben oben, ja? Ich habe kein Glück. Alter, komm schon. Hab Glück, hab Glück, hab Glück. Hab, nein, nein. Ach du Scheiße. Natürlich, aber Glück, ey. Der Jones hat den auch, den Lucky Worm. Den, den Skiddle Worm. Zwei, also wo seid ihr? Where are you at? Jetzt geht's los. Shigo hat's geschafft. Wir unten auch nicht. Oder? War das gut? Nee, war das gut. Kannst du springen vielleicht? Ja, echt nicht gut. Darukar, ist so nicht so geil. Ich komme wieder runter. Darukar nicht so gut, ja. Ui, tut mir leid. Wo ist Kunran da? Ach, da, mein Gott. Du, das bin ich gar nicht. Da gibt's noch einen Teil der Bahn, sehr krass. Ja, Kunran, was machst du denn da? Er macht Zeit ziehen, glaube ich. Er hat sich wohl der Farbe angepasst und der Bahn. Ne, ich mache Zeit ziehen. Da, im Blau. Man hat einen Ghillie so da angelegt, der Kunran. Kunran, die Schöne nennt man ihn auch. River Crossing. River Crossing. Warum steht immer Paro 4 bei mir jetzt? Was heißt das? Ja, dass so 4 Schläge ist ein Paro. Ja, weil das ich in 4 Schläge geschaffen kann. Warum sind hier links und rechts Bahn? Man fliegt wahrscheinlich wieder zurück. Achso. In 4 Schläge schaffen wir normal. Ich habe erstmal richtig schlecht gespielt. Ich habe sie gesehen. Dafür habe ich hier vielleicht... Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt gerade? Scheiße. Was ist das passiert? Oh, in der Mitte, glaube ich, wäre... Ja, in der Mitte wäre, glaube ich, der wäre gut gewesen. Ja. Nein, ich... Die Definition von random ist vielleicht auch falsch. Weil, ist es random, wenn man weiß, wo es hingeht? Ne, random, das Loch ist doch da oben, ist doch hin und her, oder? Ja, aber du weißt doch... Du kannst es doch nachverfolgen, richtig. Konnte man das sehen? Ja, klar. Ach, shit. Chigo, wir müssen auf die Bahn, oder? Wir müssen den kleinen... Scheiß... Zack. In diesen... Ja, wird ja Chigo zumindest mal einen gespart? Boah. Ja, Gottverdankt. Ich habe auch schon einfach nur verstanden von daher. Weißt du, immer wenn ich einmal führe, dann kommt dann so ein... Hau raus, Kapuze. Scheiße, ich hasse dieses dumme... Kapuze, Spiel links gegen die Mauer, nahe aber. Nein, ich spiel doch direkt rechts. Oh, das ist doch die Höhe. Ach, mach, 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 mach. Selben Schlag nochmal. Selben Schlag nochmal. Was ist, wenn das abläuft? Was ist dann? Ja, 12 oder 14 Schläge. Echt? Ja. Dann ist es wirklich ehrlich. Ja. Die 70 ist real. Oh. Ich habe echt keinen Bock. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Komm, jetzt Kapuze, du bist doch drin. Oh. Out of bounds. Unser bester Golfer hier. Die schlechte Map, wirklich. So eine fucking random... Oh, lebe ich rein. Und davor sagt er doch hier, das Candyman ist seine Map. Oh, yeah. Das ist unglaublich. Nein, nein. Das ist... Nein, nein, das ist eine Frechheit, die Map. Erstmal den... Das war richtig, das war richtig scheiße. Ach, das war das? Ja, ja, ich erinnere mich. Ach, einfach mal gucken, was passiert. Ja, so sieht das aus. Ja, gut. Oh, da kommt der Vortex. Da kommt der Vortex. Oh, nein, ich werde eingeschoko'd. Der Schoko. Der Zweite Vortex. Der Schoko. Welcher Vortex ist besser, der? Der Zweite. Macht ja nur Sinn. Ich bin den Zweiten Schoko. Den Zweiten Schoko, hä? Das war gut. Hä? Das war nicht gut. Ja, aber das war der Zweite. War nicht gut. Das ist ja schlecht. Ich komm nicht ins Loch, ey. Also ich würde jetzt sagen, der Erste ist um einiges besser. Der Erste war um einiges besser. Das ist ja echt schrecklich. Ich habe ja mal Glück, ja. Albatross. Unglaublich. Oh, 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 oh. Ja, okay. Alter, das hört mich auf. Nicht hier irgendwo runter. Wow. Oh, it's, I like this game very much. Ich kann, also, das fucking bullshit. Ich mach den kaputt schon. Ich hab so gut, weißt du, da kommt eine App und ich brauche die einfach alles. Ja, eine, jetzt bist du auch schon, aber am Kacken. Ja, eben, die kommt ja auch noch dazu. Blödes, blöde Map. Jetzt kommt ihm Showtop. Ich rufe oder was? Ja, na klar, sie ist sicher, fahr doch weiter. Oh, ich glaube, ich werde nochmal den vorletzten Platz machen hier in diesem Spiel. Tja, weißt du, sowas. Über mir kreist gerade irgendetwas. Fuck I. Das ist ja unglaublich, dieses Schei-Elf. Was hat denn Alex gemacht? Ich bin oben nicht in den Kreise reingekommen am Anfang. Ich bin immer wieder rausgeflogen. 65, ich war der erste Tag. Ja, nach einer Bahn. Einfach mal Glück gehabt am Anfang. Dalo verdirbt euch, ganz einfach. Ja, ehrlich, ich merke, wie das Karma über mich geht. War das hier hängenbleiben oder nicht? Hängenbleiben. Ich bin rausgefallen. Nee, ich bin rausgefallen. Ich bin eh, ich hab zwei. Zwei? Zweimal out of bounds? What the fuck? Was ist das für ein random shit? Ich bin in der Map. Ich hab zwei Handzeigen geschafft. Doch. Das ist wirklich kein random shit, Alex. Ich bin rausgeflogen. Nein. Ja, ich bin auch rausgeflogen. Ja, aber das war nicht random. Da war ein Block in der Mitte. Nee, ich bin nicht auf Block in der Mitte. Alter, da war ein Block in der Mitte? Ja, da war ein Block in der Mitte. Genau da bin ich nicht gegen gefahren, weil ich auch dachten habe am Anfang. Dann warst du vielleicht zu langsam. Nee, zu schnell. Weil ich nicht den Pfad genommen habe. Der Pfad ist gut. Der Pfad ist gut. Der Pfad ist gut. Der Pfad ist gut. Ja, Luca. Was machst du denn? Wo bist denn der Offizier? Wo sind wir denn? Oh, Allah. Kannst du schwören, ob man da irgendwo reinfallen könnte? Wird's peinlich, wenn der nicht drin würde. Beim ersten Schlag bin ich von oben runtergefallen, aber dann hier aufgeprallt und runtergefallen. Herr Offizier. Ja, was? Drei. Ah. Nicht super, aber... Ah. Ah. Abzapp vor Alex. Der Rest ist egal. Das ändern wir jetzt. NIEMAL! Revenge of the Chocolate Pit Revenge! Es schlägt zurück, das Chocolate Pit. Oh nein. Alles für das Chocolate Pit. Einfach mal chocken. Oh, da kommt die Chocolate Bar. Vielleicht ist es so gut in dem Moment so spielen. Ich weiß doch nicht, ob das so schlecht war. Oh! Ja, super. Das ist das, was du machen musst. Das riecht nicht geil. Nein, super. Riecht nicht gut. Hallo Alex. Die Mitte ist wahrscheinlich schlecht, oder? Ich fahr... Nein, die Chocolate Bar kommt! Die Mitte war wohl schlecht. Alex, guck mal, was das für ein guter Weg ist. Nein! Gibt's nur den einen Weg, oder? Jetzt, Alex, komm! Ja, das ist wieder zum Start. Was ist das eigentlich? Was ist das jetzt? Achso, okay. Ist das eine Scheiße? Wir sind... Hallo. Nein, das war... Mit Sex, wow. Oh, shit, ich hab den Fehler gemacht. Oh, Alex, klatsch! Da, Alex, ist es... Revenge of the Chocolate Pit. Oh, Mann. Chocolate Pit. Das... Das geht nicht. Lache, ey. Noch einmal, Alex. Ja, aber Dalu auch, auf den vier... Ja, gut, halt lustigerweise... Chocolate Pit! Ihr habt noch ne Runde. Revenge of the Chocolate Pit, da... Ich prall da so... Komm, komm, Karpz! Das ist doch unerhört mit der Scheiße! Ich hab's geschafft! Habe ich jetzt nicht verstanden. Ihr habt nicht genug Speed, um an der Wand lang zu sliden. deswegen kommt er nicht raus. AAAAAAAH! So geht's, genau. So hab ich's auch gemacht. Achso, jetzt bin ich da richtig geil. Ja super. Gut gemacht da, Lokal. Oh, Shigo, gut gemacht. Und Kundran. Oh ja, Kundran, das wird aber... Ja. Kundran, ich sag dir an, ja. Ja, ich möchte nicht... Und... Jetzt. Das könnte knapp werden. Ne, nicht genug Term-Rodder. Ja, da gibt's nen Boost. Ja, du, ich glaub, ich glaub, entweder früher, oder? Ah, Kacke. Nee, nee, also ich bin ja hinten angekommen und... Huh. Kundi-Gonde. Kundiii. Undiii... Undi, die schüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüch Als man Schei... Xochlid! Da holt es dich ins Widerkunde an. Der holt dich wieder den Chocolate Pig. Oh, das reicht nicht. Da kommt der Balken schon. Da kommt der Chocolate Pig. Du hast bei mir zu spät geschlagen. Bei mir bin ich an der Kante, also da ist bei mir so eine Kante und da bin ich von abgeprallt. Chocolate Pig. Ich sag dir jetzt, okay? Und dann schlägst du. Ja? Oh Mann. Ich glaub das war gut. Hast du Spaß daran? Darum hat er doch gar nichts gesagt. Ich wollte ein bisschen um Kümmler das verstanden, deswegen hab ich gefragt. Das Timing ist ja nicht das Problem und die Geschwindigkeit ist das Problem. Ich weiß nicht wo ich hier hinfallen muss. Also ich hab so weit wie möglich nach vorne. Also geradeaus einfach. Jetzt ist eh vorbei. Also Zeit ist vorbei. Chocolate Pig. Der Schokoriegel. Der Schokoriegel. Der Schokoriegel hat dich. Oh. Gefressen. Warum hab ich überhaupt geschlagen? Ich bekomm nur die neun die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ich glaub die kriegst du am Ende. Ich weiß es aber nicht. Toots and Failures. Das beschreibt den Alex sein Leben. Heute wird er von Alex gebasht. So wo gehen wir hin? Gebasht wo hin? Hat er sich verdient Alex? Er spielt sich mit dem Jones. Ach so knapp. Wo geht's hin? Ach da. Oh Gott. Was ist das für ein Fake hier? Ist das ein Fake oder ist das richtig hier? Das Loch da. Oh fuck. Ne es war kein Fake. Das Loch. Moment hier oben ist. Oh fuck. Birdie. Birdie. Ja Birdie. Alles scheiße. Okay. Whatever. Whatever. Mist. Wie findet ihr diese komischen Popcakes? Verdammt. Sehr gut. Ich mag die nicht. Ich mag die auch nicht. Weißt du die so? Sind das noch diese Lolli? Pop Tarts. Nein. Achso ich dachte du meinst die Pop Tarts. Achso. Popcakes sind diese rechteckigen Dinge aus Amerika. Ne das sind Cupcakes. Nein. Rechteckig du Honk. Ah. Hab ich hier ne gute Rutsche oder ne schlechte Rutsche? Ich überleg auch karte. Die muss schlecht sein. Oh Gott. Where am I? Also wie heißen die jetzt an Lolli? Ah. Ich weiß es leider nicht. Ich hab echt keinen Glück. Birdie ist okay. Ne. Ah. Birdie. Okay. Schon wieder so. Nein du kannst einfach Vollspeed links machen. Einfach links an der Rand. Ja da wo deine Mütze. Ja genau. Und dann zack. War jetzt nicht so schwer. Ein paar hab ich. Ja das war okay. Ich hätte mir mehr Punkte erwartet. Wie ich ehrlich bin. Kapuze die 70 ist schon wieder geworden. Jawoll ich spiel glaube ich unter paar. Locker. Ja. Die letzte war doch so ne. Wir gehen über die gesamte Web nochmal. Jetzt komm das ist die ganze Map Kapuze. Da unten alles was wir gesehen haben. Ja. Was müssen wir machen? Jetzt wirds nice. Fentedis? Oh. Was? Ich glaube die Mauer ist nur ganz kurz oben. Geil. Ja die ist ganz kurz oben. Gott bleibt stehen. Ja toll. Okay somit schwie ich nicht mehr unter paar. Okay. Oh. So knapp. Okay. Boost. Es wird geboostet bis zum Stirn. Achso man kann der nicht wieder raus. Boah ich dachte auch das ich jetzt rausfliege. Geschrägt alles auf Alex. Tschüss Kapuze. Es ist wirklich richtig schlimm. Ich glaube das schlimmste Spiel was geht um sich auszudringen zu müssen. Ich bin auf der Racerbahn. Too fast to fear. Das ist schon cool gemacht. Die Web ist cool. Ja. Vor allem weil sie durch alles durch geht. Das ist cool. Boah das sind die Arbeits. Das ist geil glaube ich. Boah mehr Boost. Mehr Boost. Yeah. Oh die Web ist super geil. Man sieht alles nochmal. Schaut euch um mal. Das ist ja cool. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Candyland. Chocose. Hallo. Revenge of the chocolate cake. Fuck it. I hate it. I never wanna see it again. Whoopala. Wie ist Kapuze jetzt als letztes hier raus gekommen. Obwohl er als erstes doch in der Dienste war. Nein nein nein. Ich war nicht zuerst. Ich war nicht zuerst. Ich war zuerst. Ich war glaube ich sogar als letztes. Kapuze hatte gesagt, dass er die ganze Zeit geboostet wird. Bevor ich überhaupt in der Bahn war. Nein. Er war auf einer anderen Map. Jetzt halt dein letzter Platz. Das gefällt mir wiederum. Also ich wurde geboostet. 3 Sekunden. Eine weitere schöne Runde. Tau hier rein. Leute wenn es euch gefallen hat. Like das. Schaut mal her. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.